Heute in Berge im Portrait. Ein Berg, der regional berühmt und berüchtigt ist und durch viele verschiedene Zufälle auch international kein unbeschriebenes Blatt ist. Ein Berg, der für so viele Facetten bekannt ist, bei dem aber auch vieles vergessen wird. Heute geht es um den Dachstein. Wer kennt von euch den Dachstein? Gut, die 25% der österreichischen Zuschauer haben sicherlich schon mal was von ihm gehört, aber in Deutschland zum Beispiel ist er doch deutlich unbekannter, als man das glauben will. Der Dachstein steht mit 2.995 Metern als Grenzberg zwischen den Bundesländern Steiermark und Oberösterreich in Österreich. Damit ist er der höchste Berg dieser beiden Bundesländer gleichzeitig. Das Dachsteinmassiv liegt sogar in drei Bundesländern, nämlich zusätzlich dazu noch in Salzburg. Und da müssen wir gleich die erste wichtige Unterscheidung aufmachen. Dachstein und Dachsteinmassiv. Viele Massive haben ja nur einen spannenden und herausragenden Gipfel. Im Dachsteinmassiv ist das aber ein bisschen anders, denn er besteht aus einem zentralen Massiv und dem sogenannten Gosaukamm, der ebenfalls noch mal viele geniale Gipfel zu bieten hat, wie zum Beispiel die große Bischofsmütze, ein Klassiker unter den einheimischen Bergsteigern. Aber auch Gipfel wie der Torstein oder der Geidstein sind interessante Ziele im Massiv. Somit ist es fast schon zu wenig, nur über den Dachstein innerhalb des Dachsteinmassivs und damit in diesem Fall der hohe Dachstein gemeint ist, zu sprechen. Der hohe Dachstein aber ist schon was Besonderes. Er ist der höchste Gipfel des Dachsteinmassivs, sticht aber im Überblick des Massivs selbst gar nicht so sehr hervor, wie man sich das vielleicht von einem hohen Dachstein erwarten würde. Sein Normalweg ist vergleichsweise einfach, wobei er in den letzten Jahren immer schwieriger und schwieriger wird. Aber dazu gleich noch. Bereits 1834 wurde der Dachstein vom österreichischen Bergpionier Peter Karl Thurwieser erst bestiegen. Ihn kennt man vielleicht auch aus dem Watzmann-Video oder als Trittbesteiger des Ortlers. Er hat den Gipfel des Dachsteins zusammen mit seinem Bergführer über den Gosauer Gletscher erreicht. Der alternative und heute deutlich bekanntere Weg ist der Weg über den Hallstätter Gletscher. Und hier kommen wir zur berühmtesten Eigenschaft des Dachsteins, den Gletscher. Denn mit 2.995 Metern Gipfelhöhe ist es eigentlich recht erstaunlich, dass sich unter dem Gipfel noch insgesamt drei nennenswerte Gletscher befinden. Der Gosauer Gletscher, der Hallstätter Gletscher und der Schladminger Gletscher. Der Hallstätter Gletscher zählt zu den berühmtesten Gletschern in Österreich. Zum einen, weil er recht niedrig liegt, zum anderen, weil er zu einem der wichtigsten Messpunkte für die Veränderungen der Gletscher selbst wurde. Der Hallstätter Gletscher wird, wie manch andere Gletscher zum Beispiel in Tirol, ganz genau beobachtet und ist sehr aussagekräftig, was die Auswirkungen der Klimaerwärmungen betrifft. Das Spannende am Hallstätter Gletscher ist leider nämlich, er verschwindet unfassbar schnell. Und auch seine Kollegen, der Schladminger, der Gosauer Gletscher, schmelzen mit jedem Sommer um viele Meter dahin. Für den Dachstein ist das nichts Neues. Er hat schon einige kleine Gletscher über die letzten Jahrzehnte offiziell verloren. Und am Hallstätter Gletscher lässt sich dieses Verschwinden mit eigenen Augen sehr gut beobachten. Jedes Jahr, wenn man erneut am Hallstätter Gletscher und der darunter befindlichen Hütte unterwegs ist, merkt man, dass wieder irgendwie etwas fehlt. Es ist jedes Jahr so viel, dass man es ganz ohne Fotos und Vergleiche einfach mit dem freien Auge erkennen kann. Denn die Gletscherzunge ragt, oder ragte, relativ weit in die tieferen Lagen hinein, sodass die Hitzeperioden im Sommer besonders viel Schaden anrichten. Und das macht den Hallstätter Gletscher natürlich eindrucksvoll, aber vor allem wertvoll für die Wissenschaft und auch für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Wie wertvoll der Dachstein ist, sieht man auch abseits der Erstbesteigung an seinem historischen Fundament. 1843, also wenige Jahre nach der touristischen Erstbesteigung von Tourwieser, hat am Dachstein der Geograf Edmund Simoni den ersten Klettersteig der Welt errichtet. Eine Hilfseinrichtung mit Seilen, um den Aufstieg im Mixtgelände sicherer und einfacher zu machen. Ein Revolutionär seiner Zeit, könnte man sagen. Und auch wenn heute das Original wohl nur noch für historische Zwecke dient und der Steig bereits renoviert wurde, so ist er etwas Besonderes. Der Randkluftsteig, wie er bis heute heißt, war für den Dachstein unfassbar wichtig. Denn die Optik des Dachsteinmassivs ließ immer vermuten, dass hier nur Profis oder vielleicht sogar gar niemand etwas zu melden hat. Doch die Einrichtung des ersten Klettersteigs machte den Dachstein greifbarer. Denn 1843 schon wurde eine erste Notraststelle knapp unter dem heutigen Hüttenpunkt der Simoni-Hütte errichtet. 1876 war dann der Startschuss für den Bau der richtigen Simoni-Hütte gegeben worden und diese beherbergt heute tausende Gäste pro Saison. Infrastruktur hat hier zu einer spannenden Berühmtheit innerhalb des Massivs geführt. Die Infrastruktur war gut genug, damit Bergsteiger mit Erfahrung und dem Fachwissen den hohen Dachstein in einem Abenteuer besteigen konnten. Die Masse blieb aber draußen, denn der Zustieg zur Simoni-Hütte war immer noch weit, der Gletscher immer noch furchteinflößend und der Gipfel immer noch felsig und ausladend. Eine perfekte Bergwelt, könnte man so sagen. Doch dann kam 1951 und auch nochmal in den 60ern die Seilbahnindustrie und hat den Dachstein verkabelt. Die Touristen konnten nun sehr hoch auf den Dachstein, ohne Bergsteiger zu sein. Das war für viele Menschen der erste Kontakt mit einem Gletscher. Dadurch, dass er auch vom Osten Österreichs aus sehr leicht erreichbar war, konnten viele Großstädter das erste Mal mit Dingen Kontakt haben, die sie nur aus dem Schulunterricht oder aus dem Fernsehen kannten. Die Dachsteingletscher wurden für die Öffentlichkeit in wahnsinnig vielen Aspekten wichtig. Nicht zuletzt natürlich für den Tourismussektor rund um die Region Schladming. Und so kam es auch dazu, dass der Dachstein einer der wichtigsten Ausbildungsstätten für Bergsteiger in den Ostalpen wurde. Viele Gletscherkurse, Hochtourenkurse, Bergsteigenkurse und auch Alpinkletterkurse finden am Dachstein statt. Denn nicht nur die Gletscherliebhaber kommen auf ihre Kosten. Mit der Dachstein-Südwand findet sich eine der beeindruckendsten Südwände der Ostalpen am Dachstein wieder. Schwerste Kletterrouten im 9. Grad oder einfache Alpine Touren im oberen 5. Grad oder aber einer der härtesten Klettersteige Österreichs, der Klettersteig der Dachstein-Südwand. Der Dachstein hat durch seine Allround-Eigenschaften und seine künstlich kurzen Zustiege immer weiter an Beliebtheit gewonnen. Und das Dachstein-Massiv hat dabei eine tolle Sonderrolle. Denn während der Dachstein nämlich, der hohe Dachstein, die Menschenmassen vom Einstieg zum Spezialisten immer wieder anzieht, bleibt für eine Handvoll Alpinisten ein wahres Eldorado der Klettertouren, Alpintouren, Mixttouren, Skitouren und Hochtouren, die nur selten im Jahr gemacht werden. Einsamkeit und echten Alpinismus versprechen. Das alles nicht unweit von einem der am meisten bestiegenen Alpinen-Gipfel der Ostalpen. Der Dachstein ist so vielfältig und gleichzeitig hängt alles miteinander zusammen. Man kann nicht über die Geschichte sprechen, ohne den resultierenden Tourismus zu erwähnen. Man kann nicht über die Forschung sprechen, ohne die Gletscher zu besprechen. Das ist alles der Dachstein. Der Dachstein ist komplex, aber eines ist er ganz sicher. Er, allen voran, sein Permafrost und seine letzten verbliebenen Gletscher sind bald nicht mehr da. Verschiedene Szenarien geben dem großen Gletscher ungefähr noch 40 Jahre. Dann ist der letzte Meter des Gletschers verschwunden. Und mit ihm geht eine lange Geschichte und Tradition. Eine Geschichte der spannenden Besteigungen. Eine Geschichte der tausenden Ausbildungstage für zigtausende Bergsteiger am Dachstein. Eine Geschichte des Alpinismus. Hochtouren sind dann Geschichte. Der Dachstein ist zu Recht einer der wichtigsten Berge der Ostalpen. Aber vor allem, ich weiß, das wird jetzt uns viele Oberösterreicher freuen, ist er mit dem Dachsteinmassiv meiner Meinung nach einer der schönsten Massive der Ostalpen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der kleine Ausflug zum Dachstein gefallen hat. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal auf dem Dachstein wart. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal.